Ich glaube, wir kommen hier durch. Bleib dich dran, Annie. Okay. Es ist wieder spannend. Es ist wieder The Last of Us Remasterzeit bei Trans17TV. Ich heiße euch herzlich willkommen zu einer weiteren spannenden Runde. Es ist Wochenende. Ist das denn nicht schön? Und hier ist es nass. Genauso nass, wie es momentan draußen ist. Warte, warte. Oh. Rot. Samen, sie rufen uns zurück. Zurück zum Wald. Ihr habt's gehört. Aufladen. Los geht's. Na los. Weiter. Oh, oh, oh. Da bin ich ja mal gespannt, wie wir hier gleich rauskommen sollen. Ach da. Alles klar. Jump down, turn around. Was erwartet uns gleich? Okay, sie sind weg. Was war der Plan? Angenommen, wir bringen dich zu den Fireflies. Was dann? Marleen, sie... Sie sagte, sie hätten dort eine Quarantänezone mit Ärzten, die immer noch ein Heilmittel suchen. Ja, kommt uns bekannt vor Ort, Tess. Und das... Das, was mit mir passiert ist, der Schlüssel zu einem Impfstoff ist. Oh, Himmel. Das hat sie gesagt. Oh, bestimmt hat sie das. Hey, verdammt, Mann. Ich wollte das hier nicht. Ich auch nicht. Tess, was zur Hölle machen wir hier? Es ist, wenn's stimmt. Ich glaub's an... Was dann, Joel? Wir haben es so weit geschafft. Bringen wir es zu Ende. Muss ich dich dran erinnern, was da draußen ist? Schön zickig. Hier lange. Wenn wir durchs Zentrum gehen, sind wir bei Sonnenaufgang beim Rathaus. Oh, hoffentlich. Ja. Ich hab mir heute erstmal eine vernünftige Mikrofonhalterung bestellt hier. Ein Stativ. Dieses ewige nach vorne Beugen beim Zocken, das ist sowas von nervig. Und da hab ich mir gedacht, ich hab mir zwar so eine Mikroständerbox selber gebaut hier. Ich hab auch ein Stativ da unten, aber das ist alles viel zu klein und viel zu unpraktisch. Meine Güte. So sehen die Häuser also von nahm aus. Sie sind zu groß. Und deswegen extra für euch und für mich natürlich. Die Bereiche um die Quarantäne-Zone wurden heftig bombardiert. Ein neues Stativ. Was war das jetzt? Jetzt hörst du das. Ja, klang aber als wär's weit weg. Mist. Sind wir sicher? Vorerst. Na los. Oh, nee. Mann, das ist ganz schön tief. Und jetzt? Kann das springen, oder was? Da drüben ist das Rathaus. Ja. Wir müssen da irgendwie durch. Das hier soll das Stadtzentrum sein? War es. Jetzt ist es nur noch Brachland. Ja, toll. Ich soll mir jetzt hier wieder was einfallen lassen. Ganz klasse. Hier durch. Hier drüben. Alles muss man selber machen hier. Warum müssen wir hier durch? Ich schätze mal hier auf das Schintuch. Hey, Tess. Ah. Blut. Ah, toll. Nix drin. Blut liegt mir im Blut. Ja, das kann ja wieder Eiter werden. Ja, dann über die. Wusste ich doch, dass hier wieder. Mist auf uns lauert. Der wenigstens bestaucht. Er wurde zerfetzt. Ja. Er wurde zerfetzt. Die Leiche ist noch frisch. Der ist frisch. Ja, vielleicht. Trödeln wir nicht rum. Oh mein Gott. 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 Ich mach mir schon wieder ins Hemd hier. Ich kann so viel Spannung nie ab. Gott verdammt. Klicker. So sieht jahrelang... Und jetzt? Jetzt geht's hier runter. Jetzt geht's irgendwie. So gut wie. Sie nutzen Geräusche. Ich führ'n rüber? Genau. Wenn du ein Klicken hörst, versteck dich. So orten sie dich. Ach da. Ich kotze gleich. Ich kotze gleich. Ich kotze gleich. Oh mein Gott. Ich kotze gleich. Ich kotze gleich. Geht so aus, als würde gleich alles einstürzen. Guck mal, ob ich das herstellen kann hier. Nee. Ich kotze. Ich muss das verbessern. Kopf runter! Fuck, ist das spannend. Hätte ich dieses Spiel bloß nicht gekauft. Was ich mir alles antue hier für euch. Ist hier was abzugreifen? Hilf mir hier mal. Ja, mach mal. Scheiß Klicker. Bist du okay? Nicht passiert. Suchen wir Vorräte. Scheiße! Oh, das war heftig. Nicht. Ach, du sagst das. Ich brauche langsam irgendwie mal ein Midi-Pack hier. Sieht nicht gut aus mit meiner Gesundheit. Hoffentlich ist hier mal was. Das kann ich auf jeden Fall auch gebrauchen. Ziegelstein. Auch nicht grad. Oh ja, 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 ja. Danke dir. So. 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 Machen wir, dass wir hier wegkommen. Ja, ganz klasse. Muss ich da jetzt runterspucken oder was? Oh Mann. Mal sehen, ob es da weiter geht. Bestimmt. Okay. Sicher. Komm schon, Ellie. Gut, Kleine, du bist dran. Los, komm. Ihr Schall. Okay. Komm, Große. Na los. Kraft hat sie ja, ne? Okay. 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 Scheiße. Los, los, los. Aufpassen, aufpassen. Los, los. Ja. Ja. Vamos, los. Ja. 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 Soll ich das! Da kommen wir raus. Überdachgerüst. Shit! Shit! Scheißvieh. Da können wir raus. Überdachgerüst. Hier geht's rüber. Ich glaube, das war's. Bis auf die volle Hose. Alles klar. Dann los. Dann los. Hier runter oder?